Business to Startup ist das Austauschformat der Wissensfabrik, wo wir mittelständische Unternehmen mit Startups zusammenbringen. Heute sind ganz viele Firmen da und natürlich unsere Startups. Die Startups pitchen ihre Idee und danach geht es in Gesprächsrunden. Wir stehen gleich auf der Bühne und stellen unsere Startups vor und können dann auch noch ein paar Fragen beantworten an die Unternehmen und so einmal Feedback bekommen und auch vielleicht den ein oder anderen Kunden kennenlernen. Ich finde, so ein Austausch mit Startups gibt immer neue Ideen, also vor allem Inspiration, Innovation und diese kreative Energie. Die Startups zeigen schon, wie sehr dynamisch unsere wirtschaftliche Welt im Moment ist und natürlich müssen wir uns als Volksbank auch damit auseinandersetzen und ja, als Ratgeber auch zur Seite stehen und auch Rat von dort kommen. Also Impulse auf beide Seiten. Das ist eine coole Netzwerk-Opportunity, also man geht eigentlich immer mit coolen Kontakten raus und hier gibt es, glaube ich, genug Unternehmen, die Herausforderungen haben, bei denen wir auch helfen können. Für die Unternehmen ist, glaube ich, der größte Value in so einer Veranstaltung, dieser Blick über den Tellerrand hinaus. Man ist ja oft in seinem Day-to-Day-Business gefangen und dann einfach nochmal Impulse zu bekommen von der Startup-Welt und einfach von Dingen, die einfach anders gemacht werden, als wie es früher gemacht wurde, ist mit Sicherheit sehr, sehr wertvoll. Also es verändert sich die Gesellschaft und wir verlieren den Anschluss, wenn wir den Kontakt oder die Startups nicht herstellen. Also die Startups von heute sind die Zukunft von morgen und wir wollen zukunftsfähig sein. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020